stell dir vor du und hamza seit am chern alleine im cauch und da sagt hamid zeig mal dein sixpack da sagst du hamza lass mal was trinken hamza fängt an zu trinken wie du da kommt hamza näher zu dir und sagt hamid du siehst du sagst alhamdulillah siehst wirklich gut aus da fängt er an ihn anzufassen auf gesicht und dann du und hamza zusammen in sha allah in sha allah kommst du zusammen mit hamza in sha allah siehst auf wala du bist record depression auf tiktok wala zäge tiktok auf tiktok